Dirk Wolf ist ein deutscher Fußballspieler und Trainer. Vereinskarriere Aufgewachsen in Agenstein, begann Dirk Wolf seine Fußballerkarriere beim dortigen SC Roth Agenstein, ehe er noch als Jugendlicher zum VfL Marburg wechselte. Seine erste Station als Profispieler war Eintracht Frankfurt, wo er von 1991 bis 1995 und nochmals in der Saison 1997-98 spielte. Dazwischen war er zwei Jahre bei Borussia Mönchengladbach aktiv. Von 1998 bis 2000 war der damalige Zweitligist FC St. Pauli von Beginn des Jahres 2002 bis 2003 der Oberligist FSV Frankfurt sein Arbeitgeber. Zwischen 2003 und 2006 spielte Wolf beim SV Darmstadt 98 in der Regionalliga Süd seit 2006 bei Germania Oberroden. Nach dem Aufstieg Oberrodens in die Oberliga Hessen fungierte er dort bis Oktober 2007 als Trainer. In der Rückrunde der Saison 2007-08 war Wolf Spieler Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft des SV Darmstadt 98, die in der Landesliga Hessen Süd spielte. In enger Zusammenarbeit mit Trainer Zivogin Juskic. Seit der Saison 2008-09 ist Wolf alleiniger Trainer des SV Darmstadt 98-2, deren Mannschaft nun in der Verbandsliga Süd eingeteilt ist. Wolf stand in 49 Bundesligaspielen sowie in 72 Spielen in der zweiten Bundesliga auf dem Platz. Dabei kam er auf insgesamt vier Treffer, alle in der 2. Liga. Außerdem bestritt er ein Viertelfinalspiel im UEFA-Pokal. Sonstiges. Während seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt stellte Wolf einen worübergehenden Rekord auf, als er von seinem Bundesliga-Debüt am 11. Oktober 1991 bis zum 28. August 1994 in 22 Spielen ungeschlagen blieb. Eingestellt wurde dieser Rekord 14 Jahre später von Michael Rensing, der 27 Mal ohne Niederlage von Feld ging und damit Wolf als besten Bundesliga-Debütanten ablöste.